so jetzt wird es wieder dunkel setz ich meine Fackel hin und Kappels um ihr seht ja oben links Wojott steht da kam jetzt bis Höhe 11 mal runter 17 16 15 14 13 12 hier sind wir auf der Höhe von Diamanten wieder mal eine Fackel jetzt glaube ich mal so die ganze Zeit weiter bis Diamanten kommen oder sowas können wir direkt ähm also die Steine können wir auch gut gebrauchen weil ich wollte ähm noch ein anderes Haus genau nebenan oder bisschen weiter weg auch bauen wir machen so lange weiter bis meine Spitzhacke kaputt ist dann kraben wir mit der Dia Spitzhacke wieder hoch so oder noch mit der Eisen Spitzhacke so grabe ich mich grad noch mit der Eisen Spitzhacke hoch so jetzt ist sie eh kaputt dann verzauber ich jetzt meine Dia Spitzhacke auf Level 15 mal gucken was rauskommt so wo sind wir hier auch hier sind wir bei der Schlucht Ok Ok Ist ja nicht schlimm dann kram wir trotzdem weiter hoch So ich weiß ihr seht nix wieder Fackel So Hier ist wieder Eisen sehr gut sehr viel Eisen Ach da so dann musst du ja eigentlich hier wieder hoch so ja gleich sind wir da so wir sind jetzt um Höhe 41 und um das geht hier immer bis Höhe 50 oder so glaube ich mal bis man da ist so wieder Eisen Na toll Ok jetzt müssten wir aber mal endlich oben sein jetzt müssten wir aber mal endlich oben sein da ist wieder Eisen da ist wieder Eisen das nehmen wir natürlich wieder mit so Fackel wir müssten jetzt wir müssten jetzt da sein nicht wahr ja ok wo bin ich gelandet ich mach mal hier ähm ne Umgrenzung von Fackeln also ich mach mich mal grad creative ach da hinten ist er schon ok na gut dann machen wir mal wieder Tag Antivir weg laden wir die ganze ähm Steine weg und verzaubern so so ok ok das haben wir auch kommt hier die Kohle rein ja das kommt so ok Erde da rein die ganzen Steine da da noch ne Eisenspitzhacke drei Eisen zulegen und dann verzaubern auf hm eben hatten wir neun hätte ich bloß auf neun geklickt ne zwölf Effizienz zwei ja geht ja gibt's auch irgendwas mit eins ja Haltbarkeit ähm dann mach ich mal so so ok einmal so einmal so dann verzauber ich die beiden auch noch auf 1 Effizienz und komm noch eins da Effizienz ok die tun wir mal in die Kiste zu sicherheits halber mal hier Eisenachs geht ja auch bald kaputt ein Diamanten mhm genau ich baue jetzt irgendwas mal mit den Schienen so ne kleine Bahn die ähm die ähm oder ich baue so ne ähm ja ja ich hab was vor so dafür brauch ich aber die ganzen Steine hab ich ja auch noch Steine ne ok ok so das hier weg ihr wisst vielleicht schon was ich ähm bauen will ähm wir machen das mal so groß das das da das da soll ja nicht so groß sein mal bis hier hin ihr seht's gleich was es wird wird jetzt nicht so wunderschön sein aber hauptsache irgendwann sowas noch eine Reihe ok jetzt kommt das Dach drauf ok